so halli hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge landwirtschaft simulator 2019 hier auf meinem kanal moin moin und mit dabei habe ich den falk hallo und ich den tim hallo wir wollen heute schön gras mähen gras mähen das war es dann mal wieder komplett gras mähen ja dann wollen wir mal losfahren also genau wir wollen gras reinfahren von visa 8 da fahren wir jetzt hin zusammen wieso soll ich denn vorfahren kennst du den weg nicht wir fahren heute ein 1050 bario mit tridem krone umgemodelten ladewagen jetzt kommen wir nicht drauf wie heißt er denn welche nummer ist denn das hier der wagen keine ahnung naja ist ja auch nicht so schön ach so und wir spielen falls man jetzt die frage kommt mit sicherheit welche karte wir spielen wir spielen auf der kandelin map zx560 gd wo wissen ja genau ja ich helfe bei fall ein bisschen aus aus auf aus gras einzufahren genau warum bremst du denn so schlecht ja habe ich auch gemerkt oha der schiebt ja richtig dachte ich komme nicht mehr zum stehen das wäre eine hose hergegangen ah versicherung zahlt so sieht aber richtig gut aus hier ne es kann sein dass es ein bisschen leckt bei mir liegt daran dass ja das ist eine gute frage woran es liegt ist kann ich selber mir selbst nicht beantworten zurzeit aber bei mir kann es nicht sein bitte bei mir kann es eigentlich nicht sein außer bei server speichern ja es ist ja nicht immer so ne jetzt zum beispiel geht es wieder aber manchmal kommt dann doch ein kleiner ruckler ne weil die ms dann auch immer wandert hier auf der linken ist denn das feld wo wir im letzten video gekalkt haben wo wir den rocci geholfen haben ok davon weiß ich ja nix ja das war heute morgen sag mal wie schnell fährst du nur 100 oder was 80 80 100 komm neben mir hinterher ey ja wer ist du denn ja auch so schnell ah das liegt wohl einfach am fahrstil ne ja der trecker ist auch gemoddet wie man sieht ne 80 kmh 80 klamotten bisschen unrealistisch aber wenn du was machbar ist es auch total schade äh wo sind wir denn jetzt hier immer gerade aus oder was ja ja immer gerade aus oh mein Gott du hast Glück dass du nicht hinter mir warst ey was hast du denn gemacht irgendeinen Unfall gebaut oh 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 kein leichtes das ist wenn man mit 80 fährt ha 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 ich bin voll im baum reingerast wusch baum sind wir überhaupt noch richtig du 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 führst uns geht mal von aus also glaub ich auch sieht zumindest so aus dass wir jetzt wenn wir richtig fahren dann wer merken aber ich hab die karte nicht in groß deswegen seh das nicht seh die fläche nicht ich hab komplett das hat eigentlich ausgeblendet so was machst du eigentlich da die ganze zeit keine ahnung wie das passiert kannst du nicht einmal gerade ausfahren oder wär das so leicht wo hast du denn angefangen ja wir bist doch hier am ende hier am anfang kannst du doch hier die erste reihe fahren fährst du die erste reihe fährst du hier ja ich weiß ja und ich nehme die zweite ja ja so das sieht doch schon mal ganz gut aus ähm ja der ladewagen hat wie viel liter kriegst du da rein tausend tausend 175.000 da bin ich ja mal gespannt oh der geht aber ab 24 km juckelt der hier rüber oh jetzt ich blende jetzt das hat ein so also wir sammeln das gras ein das ist dann später für meinen kuhhof den wir jetzt praktisch neu aufbauen also wir haben noch keine tiere ich fange jetzt erstmal an die das gras einzufahren und die silos ein bisschen anzufüllen dass dann für später auch genug futter da ist ne das ist jetzt das ziel was wir vorhaben ich glaube wir kriegen wir ordentlich rein aber ich denke mal so jeder hat zwei hänger wenn es hoch kommt drei jetzt ist es bei 11 prozent ich bin bei 14 das glaube ich dir nicht ich bin jetzt bei 17 bei 31.000 jetzt bei 32 ja ist gut will keiner wissen wer ist der erste oder zweite was wer ist der erste oder zweite was die zweite immer noch ja ja der ist ja gut na sah eben so aus als du nur die erste fährst wieso fährst du da rum ja wieso fährst du so rum da rum das habe ich auch nicht schon bewundert warum du so rumfährst ich habe auch nichts gesagt aber naja Jäger heute im Jäger-Turm ne das kann nur Tim gemäht haben hier oben in dem Keil na ich habe das vorgewinne nicht gemäht das vorgewinne habe ich gemacht das ist ja richtig aber das andere nicht da die kleinen Spuren die da sind die zwei Meter Dinger da sind ja Millimeter Spuren ne ich hätte das auch stehen lassen können scheiße was mache ich hier eigentlich gerade Leute ich bin heute ein bisschen doof das tut mir richtig leid das ist alles ein bisschen so aufgeregt es ist alles ein bisschen chaotisch hier eigentlich wollten wir viel früher aufnehmen jetzt ist es 11.05 Uhr aber weil der Dicke ja noch eine Pizza gegessen hat ist das alles ein bisschen später geworden ja dann haben wir noch ein paar Startprobleme und so wie das halt so ist aber der hat aber Sound du, der hat Business Detail gerade über Business Business ja also ich entschuldige mich auch wenn ab und zu das fahr- fahrweise so ne ist es nicht mehr so ganz gut in der Sache oh oh jetzt muss ich auf Toilette alter oh das ist jetzt ganz schlecht ich bin doch noch vorher gegangen ja genau und dann fährt der Trecker irgendwo nach Hamburg oder was das mach ich so oft schaff ich gar nicht in der kurzen Zeit Alter ich stech mal in der Mitte durch ne durchstechen ja also du weißt was ich meine mach wie du denkst ja mach wie du denkst wie viel Prozent hast du denn drin 51 kann ja gar nicht angehen wo hast du denn das ganze Gras her geholt ey aufgesammelt das kann ich mir nicht kann ich mir nicht vorstellen ja erstens ich bin mehr gefahren als du also ich hatte mehr Gras zweitens ich war vorher fertig und hab jetzt schon eine Bahn angefangen wie fährst du jetzt fang jetzt die dritte Bahn an ja wie viel Prozent 50 gleich ja komm doch hin die Bahn habe ich jetzt die äußere ne also die eine die da jetzt noch ist hier oben aber so kriegen wir wenigstens Gras nach Hause ne geht ordentlich was mit andere Wagen wären jetzt schon wieder voll gewesen ja ja auch von dem brauchst du auch Power hier sieht man ganz genau wo er angefangen hat hier hat er den Streifen gemacht wo kein Dings ist keine Ablage war wo er kein Schwatt gemacht hat beim Mähen genau in der Reihe bin ich jetzt reingefahren haha super Falk fahr mal jetzt links und lass sie neben dir aus also nimm die nächste links ah links Tim du brauchst mir das alles nicht zu erklären achso du weißt wie ich das vorhabe gut ja moin na egal wir sind auf dem Server da passiert sowas mal so lang ist das ja auch nicht ach nebenbei kann man wenigstens was trinken was mach ich beim Gras fahren ja gut das mach ich da auch aber jetzt war grad die passende Gelegenheit dazu jetzt hab ich auch was getrunken mein Stuhl quiet ich weiß gar nicht ob man das hört ok deine auch oh der ist schon ausgeschlagen jetzt gar nicht hört man das hast du nicht gesagt er ist gleich fertig oder ja ich wollte es gerade sagen jetzt hab ich ihm gesagt er ist gleich fertig ich lass hier gleich noch einschlafen ich lass das raus geht doch 4% ach ich seh es ja auch brauchst du gar nicht sagen guckt oben links kannst du gucken ich hab gleich 80% das kann wohl ich hab so gute 4% mehr ich hab so gute 4% mehr hohohohoho wie er sich quälen muss richtig geil so ist das das ist Business im Sound so muss das sein ey nicht so wie der 942 ich habe keine Bahn ausgelassen ich hab keine Bahn ausgelassen guck doch mal wie guck doch mal was hast du denn nach rechts ja die nehm ich doch jetzt mit die Bahn ach jetzt erst ich bin mal ganz ruhig ich bin gleich voll ich auch Junge ey da fährt jeder nur einmal ey nein jeder zwar noch musst du hinkommen ich bin voll ich bin voll kurz Screenshot gemacht Da war es auch frei. An der Straße fährst du mal ganz kurz rechts ran, ne? Hältst du mal ganz kurz an, bitte. Ja, da musst du ja auch zu later. Nein. Geht um was anderes. Ja, was ist denn nun? Fahr doch raus. Hier oder was? Ja, fährst du hier irgendwo rechts ran. Da, wo es gerade ist am besten, ne? Ja, sowieso hier ist gerade. Jetzt erst mal screenshot oder was? Ja, mein Hänger steht schief. Fahr nochmal vor. Das ist doch egal. Obwohl, geht so. Lass es so stehen. So, hat ausblenden. Mach ich hier auch noch einen. Geh doch mal weg, Mensch. Okay, warte. Ich steh mir nicht im Wege rum. Weck du kurz. Jetzt geht er aus dem Bild. Voll der Betrunkener hier gerade unterwegs. Jetzt steigt er nicht ein. Warum nicht? Ich will einen Screenshot machen. Mach hinne. Noch ein Stück. Ja, so ist da. Ja, ja. Ja. So, fertig. Ja. So, siehste. Boah, jetzt geht's auf zum Opfer. Mit Attacke. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Gott. Ich würde nicht Vollgas geben. Bei 70 fängt er an zu rutschen. Ach, was. Geh mal ganz runter. Ich probiere. Oh, Gott. Oh, Mann, du, ey. Fährst du mit Tastatur? Ja. Ja, dann darfst du keine 70, 80 fahren. Das wird nix. Doch, ich bin eigentlich erfahren da. Ja, das sieht man ja. Das sieht man ja. Aber mit Lenkrad geht das hier. Ja, mit Lenkrad ist ja easy. Okay. Oh, Gott. Oh, Scheiße. Das ist doch nicht wahr, ey. Was ist das denn? Deshalb... Oh, was ist das denn jetzt? Renn doch schneller über die Straße, Junge. Plattgefahren. Wie eine Flunder. Der hat schon wieder eine. Bitte? Der muss noch ganz kurz die Karte öffnen, sonst finde ich ihn wenig. Ich glaube, du bist schon dran vorbei. Oh. Nee. Nee, nee. Nee, er muss doch viel weiter geradeaus. Alter, Junge, wie weit muss ich denn fahren, ey? Alter. Wir sind doch nicht weit im richtigen Dorf. Nee, wir sind hier noch weit weg vom... Kann man nicht hier durch... Nee, da kannst du nicht durch. Da kommst du zu dem Feld hin, du. Ja, du musst schon den Weg, den wir auch hingefahren sind. Ja, 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 ja. Also jetzt halte ich E-87. Vielleicht nicht mehr, wenn es hier erstmal bergauf geht, dann geht er auch runter. Ich fahre gerade berghoch mit E-78. Ich bin hier. Ja. Ich fahre gerade. Ich fahre gerade, ich fahre gerade wieder. Wir müssen ja gleich bremsen, wir müssen ja gleich abbiegen, ne? Gib ihm! Gib ihm! Oh, bin ich schneller? Kannst du jetzt schon mal vom Gast gehen? Nein, guck mal, easy hier. Alter! Ich zeig dir, wie das geht. Weil hier sind auch 10 Meter. Ab jetzt. Und ich seh's gleich kommen und der ist im Graben irgendwo. Guck mal, perfekt. Besser kann man's nicht machen. Das war hier schon hoch, naja. Was? Hier war das schon hoch. Jaja, hier. Hier können wir tanken fahren. Ich glaub noch voll. Ah, meiner ist ja auch noch voll. Ist ja alles neu gekauft, ne? Frisch vom Berg gekommen heute. Oh, ja. Oh, ja. Was ist denn, Falk? Dick dran, wie du wieder abkippen sollst. Ja. Oh, das war der Baum, ey. Hängen geblieben oben im Ast. Hängen geblieben oben im Ast. Seid immer ganz schön tief, die Bäume, muss ich sagen. Hier geht's nicht durch, da ist ein Hänger. Oh. Hier ist doch die Waage. Zeigt dir auch was an, Ne, oder? Ja. Das passt aber irgendwie nicht. Obwohl 72 Tonnen, das könnte hinkommen. So, hier sind wir an meinem Silo. Erstmal gesagt, überhaupt an deinem Hof. Oh, hä, das ist jetzt aber... Was war's nun? Du musst fahren, ne? Ja, weißt du, wie viel ich drinne habe? Ich hab noch 100.000 drinne. Ach du Heiland, wie willst du denn das machen, ne? Ich, ja... Also das ist... Das passt schon so, wie ich fahr. Jaja, das verstehe ich schon, aber... Ich hab immer noch 40.000. Muss einer verteilen hier. Das krieg ich so, Kuni. So werde ich da nicht drauf lang fahren können. So. Ist das Allrad drinne? Ne. Doch. So, zeig mir deine Power hier. Hast du ein Leer gekriegt? Ja. Oh, oh, ich komm nie weiter! Du hast Schuld! Scheiße! Warum hast du denn hier so ein riesen Bergchen gemacht? Dann wärst du noch ein paar Meter weiter gefahren. Ich hätte auch noch weiter gezogen. Ja, hättest du noch ein bisschen weiter gezogen. Wär dann nicht so schlimm gewesen. Aber dann wär die ganzen Dings rausgekommen. Du wolltest sie bis hier haben. Bis hier... Ja, aber wenn so ein Haufen da... Wie sollen die jetzt... Ich komm hier nicht mehr raus. Komm mal zum Schieben. Hast du keinen Randall oder so zum Verteiligen? Nee, noch nicht. Habe ich mir noch nicht besorgt. Kann ich auch nicht damit... Ich rechne ja auch nicht damit, dass es so hoch wird hier, das Silo. Von wo soll ich drücken? Hinten? Wenn ich... Oh Gott. Ja, also der... Äh... 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 Zeig. Was? Ja, mach immer Allrad rein da in der Kiste. Sperre rein. Kann ich. Ist. Kann ich. Ist. Ich glaube wir brauchen einen Radlader, Volk. Sorg uns mal einen Radlader. Ich kaufe einen. Kann doch nicht angehen. Der muss doch hier rauskommen wieder eins. Sind aber auch kleine Silos so... Spielzeug-Silos da. Oh. Schönes Mal runter. Oh ey, was ist das denn jetzt hier ey? Fahrrückwärts. Aber... Wir hätten eigentlich gleich als Kaisilo fahren müssen. Na, hätten wir auch machen können. Wäre vielleicht besser gewesen. Ach. Jetzt hab ich Zeit hier. Schön mit 43. Ich bin mit 40. focused. Ach. Ach. Ach... Oha, Tobias ist hier am Ernten. Wenn er das ist. Ja, sieht doch nach aus. Bist du jetzt mit dem Radlader da oder was? Ich bin gerade an seinem Feld. Dauer doch noch ein bisschen oder was. Nee, andere ist das. Ja, meine lieben Freunde, das ist alles nix. Der muss hier rausgeschleppt werden, der Gute. Da hat sich verkeilt, der Hund, der. Weil es so schräg ist. Das wird eine XXL-Part. Ja, meine lieben Freunde, das ist jetzt alles nix. Ich muss leider zum Ende kommen. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich hier fürs Zuschauen. Ja, und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und wir hören und sehen uns wieder zurück. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Aber hier bei mir wird es noch weiter laufen, denn... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.